Hallo und willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Heute möchte ich mit euch über das Thema Diebstahlsicherung sprechen, wie ich unseren Wohnwagen hier gegen Diebstahl sichere und was es damit auf sich hat, das seht ihr dann in diesem Video. Zuallererst möchte ich einmal sagen, den ultimativen Diebstahlschutz gibt es einfach nicht. Wenn jemand euren Wohnwagen unbefugt mitnehmen möchte, dann ist die Chance, dass er abhanden kommt, doch relativ groß. Es sei denn, ihr habt eine Halle, die dreimal gesichert ist und was auch immer. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen, wie ich unseren Wohnwagen absichere. Und ich bin der Meinung, die Diebstahlsicherung sollte auch sichtbar sein, denn das schreckt schon mal ab. Was benutze ich? Ganz einfach erstmal, das muss eigentlich, ist ein Muss, die Alco Diebstahlsicherung, hier nur die mittlere Ausfertigung, die gibt es nochmal etwas größer und schwerer, die soll noch besser sein. Mir reicht diese hier für die Zugdeichsel, zusammen in Verbindung mit dem Alco Safety Ball. Dann habe ich ein Radkrall, das hier ist die Nemesis Ultra Full Stop. Die ist für die Räder geeignet, für alle Alufelgen, bei Stahlfelgen glaube ich eher weniger. Das hier ist das Original. Wer bei Fendt schon mal nachgeguckt hat, Fendt verkauft das gleiche. Da gibt es dann das schöne Fendt-Logo, dafür bezahlt ihr dann, ich glaube, 20 Euro mehr. Preislich liegt die hier ungefähr bei 165 Euro. Und wie wir die alle dran machen, das zeige ich euch dann gleich noch im Anschluss. Und was ich mir jetzt noch geleistet habe, ist das hier, um das mal aufzulösen. Das ist eine Diebstahl-Sicherung, die auf die Stützen geschraubt wird, sodass man nicht einfach hochkurbeln kann. In meinen Augen hilft viel, ob das dann letztendlich dazu führt, dass der Wohnwagen hier bleibt oder dann doch unberechtigt mitgenommen wird. Das muss man einfach sehen. Das hier bauen wir heute noch an. Und dann zeige ich euch in diesem Video auch noch für englische Wohnwagen. Englische Wohnwagen haben eine Besonderheit. Englische Wohnwagen sind alle, die ein Alco-Fahrwerk haben, vorgerüstet für die Alco-Wheel-Locks. Diese gibt es allerdings nur in England, nur von Alco-England und nicht für den deutschen Markt. Warum das so ist, erschließt sich mir nicht. Ein kleiner Hintergrund vielleicht, diese Alco-Wheel-Locks müssen genau zu den Felgen passen. Dafür gibt es dann drei, vier verschiedene Aufsätze. Und in England passt man sich da an. In England gibt es dann für die Wohnwagen komplett passende Alufelgen, die auf die Alco-Wheel-Locks abgestimmt sind. Und somit kann man die da drüben verkaufen. Hier in Deutschland, bei den Stahlfelgen-Liebhabern, oh, das ist böse, funktioniert das halt einfach nicht. Wie solche Alco-Wheel-Locks aussehen, ein kleines Bild, zeige ich euch hier oben. Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Alco-England-Infomaterial, da kann man sich mal einlesen. Vielleicht mag der eine oder andere sich die Teile in England auch bestellen und selbst nachrüsten. Ich finde die super. In England sind die Alco-Wheel-Locks das Allheilmittel, wenn man den Foren glauben darf. Ich selbst nutze, wie gesagt, diese Nemesis, weil mir die Alco-Wheel-Locks beim Doppelachse einfach viel zu kompliziert sind zum Installieren. So, und jetzt machen wir einfach mal das dran, das dran und bauen wir mal die noch an die Stützen und dann sind wir auch schon durch. Kommen wir jetzt zum Alco-Deichsel-Schloss. Hier, wie gesagt, das Safety-Kompakt. Das Ganze gibt es nochmal eine ganze Nummer größer. Als allererstes nehmen wir den Safety-Ball, schieben den unten in die offene Anhängerkupplung, machen zu, das war's schon. Danach wird das Alco-Schloss aufgesetzt und wenn wir das schon mal offen haben, müssen wir nur hier, kommen wir bitte rüber, klein bisschen wackeln, reindrücken, Spritzschutz dran, fertig. Der Vorteil von diesem Alco-Safety-Kompakt ist natürlich, das kann während der Fahrt draufbleiben oder, wie ich das mache, kurz, wenn wir auf dem Parkplatz irgendwo stehen und alle dann doch den Wohnwagenbereich verlassen, anbringen, sodass der Wohnwagen nicht unberechtigt abgekuppelt werden kann. Dafür ist es eigentlich ganz okay. Geht auch unter die Anti-Schlicker-Kupplung. Als nächstes bringen wir dann das Radschloss an, das Full-Stop. Gehen wir mal rüber. So, das Full-Stop wird hier eingebracht, indem man eine Radschraube austauscht gegen diesen Aufnehmer. Danach ist es relativ einfach, die Sperrstange wird hier eingeführt und man kann sehen, die ist sehr flexibel in der Entfernung. Das heißt, man kann hier auch ganz gezielt aussuchen, wo man das hinpackt, in der Entfernung aufsetzen. Und jetzt kommt der Schlüssel ins Spiel. Schlüssel einsetzen. Das war's. Wie ihr sehen könnt, wird auch mindestens eine Radschraube abgedeckt. Und dadurch verhindert, dass man einfach das Rad abschrauben kann. Das wieder drauf. So viel zum Full-Stop. Ich finde es ganz gut, weil es auch einfach zu bedienen ist. Das heißt also, es ist kein großes Rummachen mit der Felge. Steht die richtig? Passt die richtig? Wenn da einmal diese Aufnehmernuss drauf ist, geht das ganz schnell. Dann, weil wir gerade hier sind, noch die Besonderheit für englische Wohnwagen. Englische Wohnwagen haben alle, und das kann an allen Rädern hier beim Doppelachser, jetzt müsst ihr ein bisschen näher kommen, hier diesen Aufnehmer. So, schrauben wir mal auf. Zack, könnt ihr sehen. Eine riesengroße Gewinde, der ist hinter der Bremstrommel verankert und befestigt. Und hier wird dann dieses Alko-Wiel-Lock reingeschraubt und verriegelt. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, warum ich die nicht nutze. Beim Doppelachser müssen dann die Felgen, wenn ich beide Schlosser benutzen würde, genau so stehen, dass dieser Aufnehmer in der Mitte von diesem Fenster wäre. Ja, und das ist sehr aufwendig. Video dazu gibt es garantiert auf YouTube. Den Link dazu schreibe ich euch auch in die Beschreibung rein. Und da könnt ihr euch das mal angucken. Für mich ein bisschen zu umständlich. Um kurzfristig mal den Wohnwagen zu sichern, da ist das hier deutlich besser. So, und jetzt machen wir nochmal den Einbau des Schlosses für die Stützen. Gut, jetzt sind wir hinten an unserem Wohnwagen, an der Stütze. Ich muss dazu sagen, ich habe elektrische Stützen. Das ist nochmal etwas angenehmer. Da ich dann dieses Schloss im Prinzip drauf lassen kann. Ich brauche es ja nicht zum Kurbeln. Aber wenn meine Stützen unten sind, kann niemand gegen den Elektromotor die Stützen wieder hochkurbeln. So, dann bauen wir die jetzt mal an. So, wie ihr seht, ist hier der Aufsatz. Das ist eigentlich zur Notbedienung gedacht, falls mal kein Strom oder falls es nicht funktioniert. Bei den normalen Stützen an eurem Wohnwagen ist das ja auch nichts anderes. So, wir setzen den jetzt hier auf. Dann habe ich da mal was vorbereitet. Ich muss mir ja die Löcher markieren. Ich nehme hier also so einen kleinen Punkt. Einmal hier punkten. Einmal rum und dann hier den Punkt anzeichnen. Warum ich das mache, seht ihr gleich. Jetzt nehmen wir das Ding mal runter. Passt. Passt. Super. Denn das wird mit diesen kleinen Madenschrauben hier gesichert. Die haben einen kleinen Kegel. Und damit die nicht nur auf dem Metall hier entlang kratzen können, bohre ich die Stützen hier ein klein bisschen an. Mache eine kleine Vertiefung rein. Und dann gehen die in die Stütze mit ran. Und halten dann deutlich besser. So, dann bohren wir mal. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt so eine kleine Vertiefung drin für die Madenschrauben. Als nächstes setzen wir dann unseren Zylinder hier an. Die Madenschrauben. Einschrauben. Und durch die Vertiefung muss ich die eben nicht anziehen, bis mir quasi hier was abbricht. Sondern die sitzen dann einigermaßen verankert und nicht nur oberflächlich, sondern mit einer kleinen Vertiefung auf der Stütze. Anschrauben, nachziehen, nachziehen, nachziehen. Passt. Das war's fast schon. Das hier ist der Schließzylinder. Der kommt dann hier drauf. Wird abgeschlossen. Und das war's. Jetzt die Frage, wie kurbel ich jetzt die Stützen hoch. Gut, meine elektrisch, ja. Aber falls das möchte auch nicht erwähren, aufschließen. Dann habt ihr den netten Adapter hier. Und schon könnt ihr ganz normal, wie gewohnt, mit der Kurbel, mit dem Akkuschrauber, wie auch immer, eure Stützen wieder hoch und runter kurbeln. Ich finde das hier einen sehr einfachen Diebstahlschutz. Denn, seien wir mal ehrlich, die Stützen kurbeln, wenn wir ihn abstellen, so gut wie immer runter. Ich mach dann einfach das Schloss hier drauf. Und dann haben sie schon wieder etwas schwerer. Mit Absicht hier hinten, damit man das Schloss auch direkt sieht. Denn, wie ich am Anfang vom Video schon gesagt habe, damit die unerlaubte Entfernung eures Wohnwagens dadurch abgeschreckt wird, dass man sieht, wie hier an meinem Beispiel, ich habe jetzt drei Schlösser verbaut. Dass das kein definitiver Diebstahlschutz ist, ist mir auch klar. Aber es wirkt schon mal sehr abschreckend. Denn die müssen vorne das Schloss machen, in der Mitte ein Schloss und hier ein Schloss. Alles Zeit, die man eigentlich dann nicht hat. Und, wie ihr gesehen habt, so schnell, wie das hier angebaut ist. Ja, und das kostet hier nicht die Welt. Link dazu in der Videobeschreibung. Sicher das euren Wohnwagen. Und man muss immer mal sehen, in der Relation. Diese Schlösser hier kosten mich jetzt zusammen knapp 300 Euro. Der Wohnwagen hat 40.000 Euro gekostet. Ich denke, das sollte jeder investieren können. Gut. Dann gehen wir kurz nochmal rein. Das war das heutige Video zum Thema Diebstahlsicherung. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht mit dem einen Schloss oder diesem Fullstop eine Anregung geben, was man noch machen könnte. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber wie gesagt, die beste Diebstahlschutz ist eine Abschreckung, dass man den Herren schon zeigt. Man hat seinen Wohnwagen gesichert mit mehreren Schlössern. Und der Aufwand und die Zeit, die sie brauchen, um den Wohnwagen mitzunehmen, in keiner Relation steht, beziehungsweise die Gefahr einfach zu groß ist. Wir wohnen hier an der französischen Grenze. Hier kommt es öfter vor. Und leider muss ich sagen, es sind sehr viele, die ihre Wohnwagen nicht so sichern, dass man es den Herren schwer macht. Und man muss einfach auch mal sehen, so ein Wohnwagen kostet richtig viel Geld. Da sind 300, 400 Euro für eine anständige Sicherung keine Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen über ein Like, einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich freuen. Das macht uns das Leben etwas einfacher, um weitere Videos zu produzieren. Wir sind jetzt erst mal drei Wochen in Kroatien auf Urlaub und danach sehen wir uns wieder.